Die Fitnessschale hat ein Fitnessstudio und ein Klassenzimmer. In dem Klassenzimmer lernen wir über unsere Gesundheit. Das Schulzentrum hat auch ein Fitnessstudio und viele Klassenzimmer. In dem Klassenzimmer lernen die Oberschule Fremdsprachen. In dem Fitnessstudio hangen Flagen an der Wand. Wir beginnen bei der Kunst- und Musikgebäude. Die Fitnessschale ist über dem Bereich und hinter dem Bereich. Wir gehen in die Eingangsschale. Dann wir gehen in das Fitnessstudio. Das Klassenzimmer ist neben dem Fitnessstudio. Das Schullehrerzentrum ist rechts neben der Fitnessschale. Die Eingangsschale ist in dem Schulzentrum. Das Fitnessstudio ist hinter dem Schulzentrum. Die Klassenzimmer ist rechts neben dem Fitnessstudio.